Schlechten Nachrichten ist immer so eine Sache, nicht? Das ist wie mit Pflaster abreißen. Man weiß nie, ob langsam oder ob mit einem Ruck oder... Also wegen meinem Cholesterinspiegel muss ich lauter so dröges Zeug... Ich will es mal kurz machen. Mit ohne Schoko. Ich muss ihn leider kündigen, Erika. Also Herr Stromberg, jetzt bitte nicht jedes Mal, ne? Die Frau Berkel, beziehungsweise die... Wann ist auch schon ein Cholesterin-Kekst? Die Geschäftsleitung hat wegen dieser Toner-Geschichte, die ist... Das ist doch... Ja, ist so, wie ich sage.